Grüßt euch Leute, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Ich bin heute wieder in den schönen erzgebirgischen Wäldern unterwegs. Treffe mich dann gleich noch mit einem anderen Waldläufer. Ich hoffe, die Nebelschwaden hier hinten sind nicht alle von ihm. Und ja, wir wollen ein bisschen Lagerbau machen, was Leckeres zum Mittag uns zubereiten. Und wenn ihr wissen wollt, was wir so basteln und was es bei uns zum Essen gibt, dann bleibt es einfach dran. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. 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 пока. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir einen Rokal-Stecker. 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 Kleines Prattes ist es ja. Mhm. Große Lob an den Koch. Ja, kann man da wenig essen auch. So, das war's jetzt schon mit dem kurzen Video. Wir haben gut gegessen, haben eine schöne Zeit hier draußen im Wald verbracht. Trotz des eher miesen Wetters, aber es hat sich wirklich gelohnt trotzdem raus zu gehen. Ja, danke, dass ihr mit dabei wart. Und wenn ihr nichts weiter verpassen wollt, die nächsten Videos, dann abonniert einfach den Kanal. Gerne ein paar Kommentare schreiben. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch. Und dann sehen wir uns sicherlich im nächsten Video. Und bis dahin viel Spaß draußen in der Natur. Macht's gut.